Heute gibt es ein Interview mit einem Viva-Mitglied. Herzlich Willkommen! Kannst du dich den anderen einmal vorstellen? Hi, ich bin Pia und ich bin Mitglied bei Viva Fitness. Wie lange trainierst du bei Viva Fitness? Ich trainiere hier jetzt seit ungefähr zwei Jahren, regelmäßig, und ich bin ein stolzes Mitglied. Wieso hast du mit Sport angefangen? Ich habe mit Sport angefangen, weil ich einen Ausgleich zu meiner Arbeit brauchte, weil ich einen Ausgleich generell brauchte und weil ich das Gefühl hatte, dass mir Aktivität gut tut. Was sind denn deine Ziele? Meine Ziele sind auf jeden Fall weiterhin fit zu bleiben, regelmäßig zum Sport zu gehen und auch Erfolge zu sehen. Was kannst du den anderen raten? Ich rate anderen auf jeden Fall durchzuziehen, nicht aufzuhören mit Sport, was für die Gesundheit zu tun, sich selber damit zu bestärken und auf jeden Fall immer weitermachen. Wie oft kommst du her? Ich komme drei bis vier Mal die Woche zum Viva und ja, das jede Woche. Warum genau Viva Fitness? Viva Fitness, weil ich die Leute hier einfach total nett finde, die Trainer sind total cool und das Studio an sich ist sauber und ordentlich. Man hat ein Solarium, ein Ladies-Bereich für die Frauen, aber auch Massage-Ligen und einen individuellen und großen Kraftbereich. Was kannst du den anderen, die mit Fitness anfangen wollen, mitgeben? Auf jeden Fall den inneren Schweinehund zu überwinden und wenn man erst mal angefangen hat, auf jeden Fall sich Ziele zu setzen und diese auch einfach durchzuziehen. Wir danken dir, dass du ein Teil der Viva Family bist. Bye, bye! Gerne! Bye, bye! Untertitelung des ZDF, 2020